Also nehmen wir uns zunächst einmal ein paar Minuten, um drei Punkte zu verstehen. Warum es heute von entscheidender Bedeutung ist, bewusst eine Cloud wählen, um sein digitales und berufliches Leben zu speichern. Der allererste Punkt betrifft den rechtlichen Aspekt. Speichert man Dateien in einer US- oder chinesischen Cloud? Die Staaten haben Zugriff auf persönliche Daten bei Anfrage. Und das, obwohl diese Unternehmen heute fast alle Datenzentren besitzen. In Europa oder in der Schweiz. Wenn man Daten in einer US- oder CN-Cloud speichert und diese Daten von einer Software verarbeitet werden, die in den USA, außerhalb Europas oder Staat, können diese Staaten dank extraterritorialer Gesetze wie dem Cloud Act leicht darauf zugreifen. Und wenn dieses Kriterium nicht ausreichen sollte, werden ihre Daten auch außerhalb Europas in Ländern gespeichert oder an Dritte weitergegeben, die sich nicht unbedingt an die DSGVO halten. Und wenn Sie mir nicht glauben, war ich erst gestern auf der Website von Microsoft, um sie nicht zu nennen. Da steht die URL unten. Hier ist ein Ausschnitt aus den AGB. Lesen Sie die rot markierten Stellen. Das wiederholt nur das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, in vereinfachter Form. Der zweite Punkt. Alles zum Thema Datenschutz. Die meisten Clouds werden von börsennotierten Unternehmen betrieben, die gegenüber ihren Aktionären Rechenschaft ablegen müssen. Das Problem besteht jedoch darin, dass heute alle Daten in nur wenigen Clouds konzentriert sind. Und dann stellen diese Unternehmen ein so großes wirtschaftliches Gewicht dar, dass sie heute auf strategischer Ebene ein Gewicht auf geopolitischer Ebene haben. Und es gibt auch den Aspekt, dass diese Unternehmen manchmal ein Geschäftsmodell haben, das direkt mit der Analyse und Nutzung unserer Daten verbunden ist. Auf Seiten von Infomaniac ist der Rahmen also äußerst klar. Die Daten werden von einem einzigen Unternehmen gespeichert und verarbeitet. Die Kontrolle der gesamten Wertschöpfungskette inklusive Software. Und außerdem ist Infomaniac ein Unternehmen nach Schweizer Recht, das seine Rechenzentren und Softwarelösungen zu 100% selbst entwirft und verwaltet. Hier ist alles einfach. Der Rahmen und die Verwaltung ihrer Daten obliegen derselben Person mit denselben Verpflichtungen. Und dann zum Aspekt der Privatsphäre. Gehört das Unternehmen ausschließlich seinen Mitarbeitern. Und das Geschäftsmodell besteht einfach darin, Produkte zu verkaufen. An Unternehmen und Personen, die sie nutzen. Es gibt kein Werbemodell. Es gibt nicht die Entwicklung einer KI, die auf ihren Daten basiert. Werden KIs deutlich und klar? Als solche dargestellt. Und sie entscheiden, ob sie ihre Daten in vollständig anonymisierter und kontainerisierter Form weitergeben möchten oder nicht. Der dritte Aspekt und der letzte Aspekt, den ich ansprechen möchte, betrifft unsere soziale, wirtschaftliche und ökologische Verantwortung. Und wenn man mit einem lokalen Akteur zusammenarbeitet, kann man mit einem Partner reden, der seine Realität versteht und der dann auch in der Lage ist, uns mit lokalen Experten in Verbindung zu bringen. Und dann gibt es auch noch den ökologischen Aspekt. Und heute ist die Zeit für Marketingkampagnen, die bis zum Ende des Jahres eine neutrale Klimabilanz versprechen, längst vorbei. Und deshalb geht es für uns darum, wirklich konkret zu sein. Wir kompensieren volle, 200% unserer Aktivitäten verursachten Emissionen. Also auch das, was den Transport der Server von China nach Europa betrifft. Wirklich alles wird berücksichtigt, auch die Reisen der Mitarbeiter. Wir nutzen lange Zeit erneuerbare Energie und bauen eigene Solarkraftwerke mit dem ehrgeizigen Ziel, genauso viel Energie zu erzeugen, wie wir verbrauchen. Dies kann jedoch nicht dicke 1,8 bis 2,4 Tonnen CO2-Emissionen verhindern, die bei der Herstellung eines Servers entstehen. Daher verlängern wir die Lebensdauer unserer Server auf bis zu 15 Jahre. Und das ist die Magie der Cloud. Man kann das tun, ohne die Zuverlässigkeit und Leistung der Dienste zu beeinträchtigen. Denn heute wird ein Dienst, er wird in mindestens zwei Rechenzentren vollständig repliziert. In der Cloud kann man die Leistung mehrerer Server kumulieren, ohne dass man etwas davon merkt. Aber das ist für unseren Geschmack nicht genug. Und deshalb bauen wir gerade ein Rechenzentrum, das eine Innovation darstellt. Es ist unseres Wissens nach das einzige Projekt, in unseren Breitengraden die Energie, die die gesamte Infrastruktur für den privaten oder industriellen Gebrauch verbraucht, vollständig aufwerten wird. Es wird bis zu 6.000 Wohnungen im Winter und mehrere 10.000 im Sommer beheizen und die Menschen mit Warmwasser versorgen. Der einleitende Aspekt der Cloud-Wahl ist von großer Bedeutung. Es ist keineswegs trivial. Nachdem wir die rechtlichen, privaten und CSR-Aspekte von KSuite betrachtet haben, können wir feststellen, dass es Unterschiede gibt. Die Frage, die wir uns alle stellen, ist letztendlich, was ist das Tool an sich wert? Was ist KSuite in der Praxis wert? Und für diesen Teil werde ich das Wort an Adrian übergeben, der uns zeigen wird, wie ein typischer Arbeitstag in einem Unternehmen mit KSuite aussieht. Ich danke Ihnen vielmals. Also schon mal ein Vorwort zu dieser technischen Präsentation. Die Folien, die Sie sehen, also die Präsentation, die Sie sehen, die wird vom Canary angetrieben. Das ist also unser Tool, das diese Präsentation antreibt. Was Sie also an Flüssigkeit oder anderem sehen, ist das, worauf alle unsere Nutzer ein Anrecht haben. Nun, zu dem, was die Kassette betrifft, versteht man bei Infomaniac, dass heute das Wichtigste für ein Unternehmen, egal wie groß oder klein sie ist, die Kommunikation, interne oder externe Kommunikation. Und heute ist es wichtig, einen benutzerfreundlichen Instant Messenger zu haben, egal ob man von zu Hause aus arbeitet, mit oder ohne Präsenz. Und wir beginnen folglich mit K-Chat, das eine weitere Instant Messaging-Lösung ist, intern und die wir mit den modernen Problemen, die es heute gibt, erstellt haben. Hier sehen wir also die Benutzeroberfläche von K-Chat mit einem Gesprächskanal namens Allgemein. Auf der Ebene des Software-Layouts sehen wir links, dass wir unsere Kanäle haben, die Kanäle der Organisation von den Administratoren erstellt. Wir haben einen Allgemeinen, einen Kundendienst, einen Verkaufskanal und können hier auch privat mit Personen interagieren und Nachrichten senden. Was die Logik und die Privatsphäre betrifft, gibt es zwei Möglichkeiten. Auf Kanalebene können Sie zwei Arten von Kanälen erstellen. Einer davon ist ein öffentlicher Kanal, zu dem alle Personen in ihrer Situation Zugang haben werden. Es ist also ein Kanal, in dem Sie allgemeine Informationen für das Unternehmen, für alle Mitarbeiter, bei Bedarf an einem privaten Kanal, üblicherweise mit Vertriebs- oder HR-Mitarbeitern, klicken Sie auf Privater Kanal. Nur zugelassene Personen oder Administratoren haben Zugriff. Personen, die Sie hinzugefügt haben, können die Nachrichten darin sehen. Selbst wenn Sie in K-Chat einen Link teilen können, nehmen wir dies in der Regel nur an, wenn Ihnen ein Kollege eine Nachricht sendet. Wird er Ihnen eine URL schicken? Wenn er oder jemand Ihnen einen privaten URL sendet, den Sie nicht öffnen können, selbst auf der Privo-Ebene sehen Sie nichts. Es besteht also keine Gefahr eines Datenverlusts. Das sind zwei Möglichkeiten, die Kommunikationskanäle zu verwalten. Auf der Kommunikationsebene haben Sie den persönlichen Messenger zum direkten Chatten mit bestimmten Personen und eine zweite Option, die Gruppen betrifft. Wenn Sie gleichzeitig mit zwei Personen reden wollen, halt. Drei Personen an der Unterhaltung teilnehmen, können Sie hinzufügen. Mein Kollege Adrian, ich füge auch meine Kollegin hinzu. Lea hinzu und dann werde ich eine Konversation erstellen, die alle drei Personen aufnehmen wird. Ich kann auch eine Überschrift festlegen. Angenommen, ich schreibe hier diese Konversation. Ich werde sie Projekt nennen. 2083. Und du könntest hier auch den Link zu einem Trello-Board oder einem Aktionär setzen. Dort oben kannst du anhängen. Wir nennen das Anhängen, aber also URLs, Tools, die dir in dieser Konversation speziell nützlich sind. Sie können auch danach Nachrichten anheften. Wenn in der Konversation eine wichtige Nachricht gesagt wurde, können Sie diese anheften. Einfach so. Von dieser Schaltfläche aus, ohne dass Sie durch den gesamten Gesprächsverlauf zurückgehen müssen, können Sie die wichtigen Nachrichten sehen, die ausgetauscht wurden. Alle Kanalmitglieder sehen diese angehefteten Nachricht-Ad. Absolut richtig. Ideal für Schlüsseldaten oder Meilensteine. C. Im Falle der Abwesenheit. Um für den zurückkehrenden Kollegen vorzusorgen, können die Nachrichten angeheftet werden. So kann er direkt sehen, dass ich mir die angehefteten Nachrichten ansehen werde. Damit kann er schneller aufholen, ohne alle Konversationen erneut lesen zu müssen, denn es gibt oft viele. Von allen Seiten. So, das ist für den Teil der Unternehmenskommunikation. Unser Ziel bei der Gründung von K-Chat war es, es zu einem Mittelpunkt zu machen. Eine Plattform für Kommunikation. Das ist es. Unsere Dienste K-Chat aufwerten, indem wir die Vorteile unserer Produkte nutzen. Bei der Integration hat K-Meet vieles erreicht. Instant Messaging bedeutet nun auch Videokonferenzen. Bevor ich auf diesen Aspekt eingehe, die Macht eines solchen Tools in einem Unternehmen besteht darin, dass es, wenn es richtig eingesetzt wird, fast alle E-Mails, die sich Mitarbeiter intern schicken, eliminieren kann. Weil die Kanäle dazu dienen, die Informationen bei den richtigen Leuten zu zentralisieren, entweder pro Projekt oder pro Team. Und dadurch hat jeder zu jeder Zeit die gleichen Informationen am gleichen Ort. Und selbst wenn, wie Adrian betonte, es Mitarbeiter gibt, die im Urlaub sind, persönliche Nachrichten ermöglichen Chat unter ausgewählten Personen. Dann betrifft jeder interne Austausch nur diese Personen, nicht alle Mitglieder einer Gruppe. Und unser Ziel mit der K-Suite, aber vor allem mit K-Chat, ist es, die Kommunikation zu vereinfachen. Die Vernetzung von Informationen in Unternehmen. So ist es heute typischerweise so, dass in vielen Unternehmen, um eine Videokonferenz zu starten, man muss eine Verbindung herstellen und sie dann mit allen Mitarbeitern teilen, mit denen man die Videokonferenz haben möchte. Mit K-Chat haben wir K-Meet nahtlos integriert und bieten eine Schaltfläche zum Starten eines Meetings. Mit der Schaltfläche Besprechung starten können alle Personen benachrichtigt werden. Auf diesem Kanal erhalten alle mit einem direkten Link. Wir werden eine Demo starten. Das wird für mich, der diese Videokonferenz eröffnet, bereits einen Link öffnen. Und die auf K-Meet anmeldeten Personen können einfach auf Öffnen klicken, anstatt Videokonferenzlinks an 10, 15 oder 100 Personen senden zu müssen. Nehmen wir an, ich beende diese Videokonferenz. Zum Beispiel, auf K-Mit wird sich das in einigen Sekunden auswirken und der Person anzeigen, dass das Treffen beendet ist. Sie können den Informationsaustausch vermeiden. Zams B, verpasste Videokonferenz oder Verzögerung. Frühere Teilnehmer können es sehen. Das ist also die K-Meet-Integration. Danach. Ich werde auch die Integration von K-Meet nutzen, um direkte Chats mit meinen Mitarbeitern zu führen. Zum Beispiel mit meinem Kollegen Adrian. Team, dort wäre es möglich, während das Video startet, mit einem externen Anbieter zu sprechen, wo es auf seine Organisation und die Benutzer seiner K-Mit beschränkt ist? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Sie können externe Partner in Ihren Chat einladen, damit Sie in einem Gespräch mit einem Dienstleister auf ihn zurückgreifen können. Sobald er Zugriff erhalten hat, kann er nur auf die kommunikativen Kanäle zugreifen, zu denen Sie ihm Zugang gewährt haben. Wir bewahren die Sicherheit der Informationen. Behalten Sie die Oberhand nach der Interaktion, dem Informationsaustausch. Entfernen Sie ihn danach. Ohne den Chat hat er keine Verbindung mehr. Es ist zulässig, ihn sofort abzuberufen. Also nehmen wir das Treffen mit meinem Kollegen Adrian. Hier sind wir also auf der K-Meet-Schnittstelle. Ich kann Hintergrundbilder auswählen. Webcam für das Webinar. Aber tschüss, los geht's. Hier ist mein Kollege Adrian, der sich jetzt in K-Meet eingeloggt hat. Wir können direkt chatten und in Gruppenumfragen erstellen. Und was die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen angeht, geht es noch viel weiter. Hier haben wir den Video- und Audio-Aspekt. Wir nehmen jetzt ein Beispiel. Leave. Mein Kollege Adrian hat Zugriff zu einem geteilten Link von rechts, aber ich werde es ihm trotzdem geben. Zurückschicken und ihm sagen, hier, kannst du dieses Dokument bearbeiten? Ich werde es auch öffnen. Es ist also ein Dokument. Es ist ein Microsoft Word-Dokument, das offiziell auf der Website zu finden ist, um Ihnen zu beweisen, dass eine Migration von Microsoft zu Infomaniac bei unserer Lösung wirklich ultraflüssig abläuft. Mein Kollege Adrian lässt Sie herzlich grüßen. Vielen Dank an ihn. Und man sieht, dass er die Nachricht bearbeitet. Man sieht also deutlich mit der... Sie sehen, wer die Nachricht bearbeitet. Zur Info. Bei Infomaniac haben wir Tests mit über 200 Personen auf einem Dokument durchgeführt. Dadurch wird es etwas chaotisch, weil es einfach zu viele Leute sind. Aber was die Infrastruktur betrifft, funktioniert alles reibungslos und flüssig. Nachfolgend sind zwei Optionen aufgeführt, um die vorgenommenen Änderungen Ihrer Kollegen darzustellen. Es gibt zwei Optionen. Direkte Änderungen wie bei meinem Kollegen Adrian, wenn er etwas ändert, sehe ich es sofort auf meinem Bildschirm. Oder die zeitversetzte Bearbeitung, bei der wir Ihnen mitteilen, wie viele Änderungen Ihr Kollege vorgenommen hat. Möchten Sie diese jetzt ansehen, so behalten Sie die Kontrolle. Flow, den Sie haben, vielleicht auch über die Informationen, die Sie vor sich haben. Ja, Besprechungen mit Dokumenten sind sehr nützlich. Und man gerade dabei ist, dieses Dokument vorzustellen und gleichzeitig andere Leute daran arbeiten. Es vermeidet die unangenehme Überraschung, ständig das Dokument zu haben, das gerade geändert wird und sich bewegt. Sie, das ist im Bereich der Zusammenarbeit. Ich schließe das Dokument. Man kann erkennen, dass alles im Infomaniac-Ökosystem bleibt. Auf der Messaging-Seite ist es K-Chat. Ich nutze K-Chat zum Chatten mit meinem Kollegen und öffne eine Videokonferenz mit K-Meet. Danach teilen wir Dateien und arbeiten sehr einfach zusammen. Gibt es in Bezug auf K-Meet eine Benutzerbegrenzung? Wie wird das auf dieser Ebene gehandhabt? Das ist in Bezug auf die Anzahl der K-Meet-Nutzer? Also, überhaupt nicht. Wir haben kein Limit für die Anzahl der Nutzer. Bei Infomaniac machen wir mehrmals im Jahr Ask Me Anything mit der Geschäftsleitung, in der mehr als 200 Leute eingeloggt sind. Also, hier ist es keine Begrenzung. Wenn Sie zum Beispiel ein Webinar oder etwas anderes geben wollen, kein Problem. Es wird später um K-Chat gehen und wie man sicherstellt, dass wichtige Nachrichten an Mitarbeiter weitergeleitet werden. Mit den Kanälen kann man bestimmte Personen taggen. Zum Beispiel werde ich Lea taggen, um ihr eine spezielle Information mitzuteilen. Das geschieht öffentlich. Wenn man jedoch jemanden direkt in einer Nachricht erwähnt, erhält die Person eine Benachrichtigung mit dem Hinweis, dass über sie gesprochen wird und sie eine Frage beantworten soll. Es gibt auch eine Funktion zur Priorisierung von Nachrichten. Wenn du eine Nachricht schreibst, sei es in einem Channel oder von einem Kollegen, kannst du ihre Wichtigkeit ändern. Es gibt die Standardnachrichten und die wichtigen Nachrichten, die speziell benachrichtigt werden, die für Mitarbeiter abgeht. Auch bei dringender Nachricht, spezielle Benachrichtigung, wird gefragt werden, bitte bestätigen Sie, dass Sie die Nachricht gesehen haben. Angenommen, hier ist meine dringende Nachricht. Ich nenne sie Test. Das Gesehene mit der Null ist die Anzahl der Personen, die bestätigen, die Nachricht gelesen zu haben. Sie sind also in der Lage zu wissen, bereits gesehen, ob auf Unternehmensebene oder im gesamten Kanal angekommen, nützlich für eine Kontrolle. Ja, es ist nützlich, Dokumente zu validieren oder sicherzustellen, dass Informationen korrekt übermittelt wurden, von allen Mitarbeitern zur Kenntnis genommen wurde. Und wer die gleiche Nachricht, sich jeden Tag austauschen, während ... Das heißt, den größten Teil des Tages bedeutet Suche, die bei manchen Instant-Messaging-Programmen manchmal ein wenig Kopfzerbrechen bereitet. Wir haben versucht, das Ganze so intelligent wie möglich zu gestalten. In der Suchleiste können Sie entweder nach Nachrichten oder nach Dateien suchen. Dateien suchen, da wir heute viel arbeiten, indem wir Dokumente versenden und empfangen. Durch Klicken auf die Schaltfläche Suchen kann der Nutzer angeben, wonach er sucht. Wenn beispielsweise nach einer Nachricht gesucht wird, gibt es personalisierte Optionen zur Auswahl. Man kann in das Suchfeld eingeben, ich suche eine Nachricht von einem Kollegen. Diesem und jenem Kollegen, die von ... Und das sortiert sie bereits und zeigt Ihnen nur die wichtigsten Informationen an. Dasselbe gilt später für, wenn wir die Datei nehmen, können Sie ... Geben Sie bitte an, welche Datei Sie brauchen, ob es Kollege X oder X-Met war, der sie Ihnen freigegeben hat, an diesem oder jenem Datum und auch den Dateityp. Oft vergessen wir, wo wir eine PDF erhalten haben. Das macht es wirklich einfach, die Dokumente wieder in die Hände zu bekommen und es ist natürlich auch ... Es ist möglich, alles zu durchsuchen. Fortsetzung. Alle Kanäle, auf die Sie Zugriff haben und alle privaten Unterhaltungen, alles wird mit diesem Tool hier durchsucht. Apropos Kommunikation. Wir haben auch ein Emoticon-System implementiert. Hier können Sie das Büro Emoticon verwenden, um zu sagen, ob Sie im Homeoffice oder im Büro sind, um Konflikte zu vermeiden. Zusätzlich können Sie Ihren Status angeben. Wenn Sie nicht gestört werden möchten, sollte niemand jetzt ein Meeting starten. Können Sie den Status auf Nichtstören setzen? Das kann ich, sobald ich den Laptop verlasse, in meiner Tasche mit mir herumtragen. Also absolut. Wir haben Apps auf iOS, auf Android. Das Ganze ... Nachher, auf der Ebene der mobilen Geräte, kann man auch aus dem Web zugreifen. Es sind also nicht nur alle Geräte. Also eigentlich auf allen Geräten. Auf dem Moment, wo Sie einen Browser haben. Aber im Grunde erhältst du Benachrichtigungen, sobald dich jemand in einer Unterhaltung auf einer Seite erwähnt. Und das ermöglicht es wirklich, auch unterwegs Dateien zu teilen oder auf Dateien zuzugreifen. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, dass die Software eine Aktivitätserkennung hat. Wenn mein Computer weg ist, geht er von alleine in den Standby-Modus. Werden wir keine Benachrichtigungen mehr an den Computer senden, weil wir davon ausgehen, dass der Computer nicht verfügbar ist. Nutzen Sie stattdessen Ihr Handy und ersparen Sie sich später unzählige Benachrichtigungen. Sie lesen dann die Verspätung und die gesendeten Benachrichtigungen erneut. Das haben wir uns überlegt. Von dieser Seite aus diese kleine Funktion. Und das ist auch der Grund, warum Sie, wenn Sie nicht mehr aktiv sind, wir Ihnen einen Status abwesend zuweisen. Automatisierung in der Software. Etwas, das ich auch erwähnen möchte, ist, dass man nicht unbedingt auf unsere Infomaniac-Umgebung umschalten wird. Auf der linken Seite siehst du die von uns erstellte Testumgebung. Das ist absolut richtig. Wenn du auf das IIN für Infomaniac klickst, wechselst du tatsächlich zur Infomaniac-Organisation. Das ist sehr leistungsstark, da es ermöglicht, mehrere Organisationen in derselben Software zu verbinden und zwischen ihnen zu wechseln. Anderen zu wechseln. Und vor allem, sie zu teilen. Der ZU-Hörer arbeitet mit uns. Es ist ein extrem interessantes Diagnose-Werkzeug, weil sie mit allen Organisationen, Verbänden, die sie verwalten, kommunizieren und mit einem Klick von einer zu anderen wechseln können. Mit der Bildschirmfreigabe ermöglicht Camille, Menschen aus der Ferne zu helfen und zusammenzuarbeiten. Das ist der Sinn der Sache. Das ist für den CarSuite-Teil. Das ist also der Teil für interne Nachrichten, Direktnachrichten. Und jetzt kommen wir zum Produktivitätsteil, also zum Mail-Teil. Gut, also Mails, das ist weniger neu. Im Unterschied zu K-Chat verfügen wir kürzlich über eine Reihe von Neuerungen. Ein Beispiel sind die Minisabs. Das ist meine Benutzeroberfläche für die Catch-Up-Einladungs-E-Mail. Oben rechts haben wir hinzugefügt ein Menü, in dem es dem Nutzer möglich ist, seinen Kalender, zum Beispiel seinen Kalender zu sehen. Das heißt, wenn Sie eine E-Mail bekommen in der steht, hättest du morgen Zeit, können Sie direkt Ihren Kalender einsehen aus dieser Mini-App heraus. Hier typischerweise am 1. März gab es eine Veranstaltung. Das ist also auf der Testumgebung. Dasselbe gilt für die Kontakte. Sie können Ihre Kontakte anzeigen und Sie können auch Ihre Aufgaben anzeigen, um das Wechseln zwischen Tabs zu vermeiden. Alles ist direkt dort verfügbar. Kamail, was die Verwaltung von E-Mails angeht, sortieren wir bereits. Wenn es vom Nutzer aktiv ist, sortieren wir bereits alles aus, was mit Werbeaktionen und sozialen Netzwerken zu tun hat. Das soll sicherstellen, dass alles, was in den Posteingang gelangt, wirklich E-Mails sind. Legitim sind. Denn Newsletter oder ähnliches werden automatisch aussortiert. Heute gibt es eine Frage, die mich interessiert, weil es immer noch viele Menschen gibt, die sehr an ihrem E-Mail-Programm hängen, sei es ein Microsoft Outlook, Apple Mail, Thunderbird oder was auch immer. Und was ist heute der Vorteil, wenn man diese Software nicht mehr benutzt und stattdessen auf Webmail? Vorteil Nummer 1, den wir besonders betonen möchten, ist die Tatsache, dass keine Wartung erforderlich ist. Im Gegensatz zu Outlook, Thunderbird oder anderen Programmen, die lokal installiert sind, müssen diese regelmäßig aktualisiert und die Einstellungen auf dem neuesten Stand gehalten werden. Und im speziellen Fall von Outlook ist es auch eine Lizenz. Es ist also auch ein Kurs. Der Vorteil von Infomaniac Webmail ist, dass jedes Gerät mit einem relativ aktuellen Webbrowser darauf zugreifen kann. Es ermöglicht also Administratoren und Partnern, sogar dem Benutzer, der wirklich keine Lust hat, sich den Kopf zu zerbrechen, direkt auf das Wesentlichste zugreifen, ohne etwas installieren zu müssen. Und dann gibt es noch den Sicherheitsaspekt, Sobald Sie auf einen Link klicken, wird dieser Link überprüft. Gefährlich oder nicht? Wenn ich mich nicht täusche, haben wir das gerade implementiert. Wenn jetzt E-Mails von innen oder außen kommen, können wir das erkennen. So kann man sicherstellen, dass eine E-Mail legitim und kein Phishing ist, wenn sie von jemandem aus der eigenen Organisation stammt. Man kann auch die Zusammenarbeit mit dem Kalender teilen als weiteren Aspekt erwähnen. Es könnte vielleicht interessant sein, auch diesen Aspekt zu zeigen, denn das ist etwas, das man vielleicht nicht unbedingt oder zumindest nicht so einfach in einem Thunderbird haben wird. Der Vorteil des Infomaniac Workspace liegt auch in den kleinen Funktionen, die wir hinzufügen konnten, wie zum Beispiel die Übersetzung. Heute können Sie mit Infomaniac Mail eine E-Mail vor dem Versand oder beim Empfang mit wenigen Klicks übersetzen. Und es ist eine Übersetzung, die intern bei uns erstellt wird. Es ist also hundertprozentig made. Der Text, den Sie übersetzen, geht nicht auf andere Server. Es sind also all diese kleinen Funktionen und tatsächlich, wie du sagst, die Zusammenarbeit, die die ganze Stärke dieser Lösung ausmachen. Vielleicht lassen wir das Thema Kalender aus. Also was den Kalender angeht, bereits, Sie werden einen Kalender haben, der bei der Initialisierung Ihrer Suite erstellt wird. Hier haben wir also den Kalender, der Swiss Architecture heißt unser Demokonto. Hier sind die vergangenen Ereignisse, meine Woche sozusagen. Wir erstellen ein neues Ereignis direkt hier. Es ist ein Ereignis, das wir benennen werden. Wiedervereinigung, zum Beispiel, ich gebe ihm die konkrete Stunde. Ich kann auch angeben, dass es der ganze Tag ist. Ich kann einen Ort angeben, so dass, wenn die Leute die Einladung erhalten, es bereits den Ort gibt, an dem sie intern sind. Nehmen wir an, ich weiß nicht, Raum Nummer 62 oder Hotel oder so, wenn es eine Konferenz ist. Dort können Sie Ihre Kollegen hinzufügen. Und einer der Vorteile dieser Welt, die IT-Lösung direkt über das Web zu nutzen, ist, dass wir unsere Produkte integrieren konnten. Wenn Sie also einen K-Meet-Konferenzraum für die Veranstaltung, werden wir einen Link erstellen, der nur in dem Moment aktiv ist, wenn die Veranstaltung beginnt. Und das ist der Link, der an alle Personen gesendet wird, die Sie einladen. Also, wenn wir annehmen, hier meine Wiedervereinigung, Sie ist heute um 15 Uhr nach dem Webinar. Ich werde es aufzeichnen lassen. Es wird in den Kalendern aller Nutzer erscheinen. Eben, ich habe eine Frage. Dort, da du keine Teilnehmer hinzugefügt hast, wir sahen nicht die uns angebotene Einladungsbenachrichtigung an ihre Nutzer zu schicken. Ich denke, es ist interessant, das zu zeigen, weil es wirklich etwas ist, das die Situation völlig verändert. Die Personen, die Sie als Eingeladene hinzufügen, erhalten eine E-Mail, die nicht nur den Link zur Videokonferenz enthält, sondern Sie können auch direkt entscheiden, ob Sie die Einladung annehmen möchten. Die Veranstaltung wird automatisch zu Ihrem Kalender hinzugefügt, und zwar mit dem Status angenommen oder abgelehnt, der Ihrer Meinung nach entspricht, nichts zu beanstanden. So läuft das eben. Aber hier ist es da. Die Gästeverwaltung ist robust und hilft Ihnen, den Überblick darüber zu behalten, wer kommt und wer nicht. Sie ermöglicht Ihnen auch einen direkten Dispatch darüber, was getan wird. Wenn Gäste mit Ich-weiß-nicht antworten, können Sie dennoch einen Raum vorbereiten. So können Sie beispielsweise sagen, ich muss zehn Leute empfangen, daher werde ich zehn Plätze bereitstellen. Zehn Sitze vorbereiten. Bei den erweiterten Funktionen können Ereignissen Erinnerungen hinzugefügt werden. Das sind Erinnerungen, die per E-Mail versendet werden, per Pop-up verschickt werden. Mit Pop-up ist gemeint, wenn Sie gerade am Infomania Workspace arbeiten, unabhängig von der Schnittstelle, Mail, Kalender, wo auch immer. Und nicht nur, wenn Sie per Pop-up ankreuzen, wenn Sie den Kalender mit Ihrem Telefon synchronisieren. Das ist es auch, was eine Erinnerungsbenachrichtigung auslöst. Genau. Also können Sie danach festlegen, wie lange Sie die Benachrichtigung stehen lassen und ob Sie danach vielleicht noch eine letzte für wirklich sehr wichtig sind. Sie können auch ein privates Ereignis setzen, sodass es nur in Ihrem Kalender erscheint und nicht im Kalender der restlichen Mitarbeiter. Danach, sobald das Ereignis erstellt wurde und im Kalender zugänglich ist, die Personen, die darauf Zugriff haben oder eingeladen wurden. Sie können einfach auf den Link klicken, um zum Meeting zu gelangen. Das erspart Ihnen, Ihren Gästen eine Benachrichtigung über das Ereignis und später eine zweite Benachrichtigung über die darin enthaltene Besprechung zu schicken. Alles ist zentralisiert. Ich finde es auch interessant zu zeigen, wie man letztendlich all diese Informationen auf all diesen Geräten einschließlich des eigenen Telefons findet. Findet man beispielsweise die Kontakte seines Telefons in der K-Suite wieder? Oder findet man die Kontakte aus K-Suite auf dem Telefon wieder? Wie geht das? Also, auf der Ebene der Kontakte, speziell für die Kontakte, haben wir Synchronisationssoftware. Um entweder lokal gespeicherte Inhalte zu replizieren und an den Server zu senden oder umgekehrt Server-Inhalte auf das Gerät zu übertragen, gibt es auf Android die Anwendung K-Synch. Diese App ermöglicht eine Spiegelung beider Seiten. Für iOS geht es noch einen Schritt weiter. Hier haben wir eine Profilverwaltung, sodass wir einem Nutzer ein entsprechendes Profil senden können. Dabei handelt es sich um eine kleine Datei, die iPhone, iPad oder Mac erkennt und automatisch eine Synchronisation durchführt. Ohne Eingaben oder Installationen ermöglichen wir die native Synchronisation von Apple Apps mit unseren Servern. Zu jedem Zeitpunkt findet eine automatische Synchronisation statt. K-Suite ermöglicht zentrales Speichern. Alle seine Termine, alle seine Kontakte an einem Ort und dann vielleicht nur den Assistenten zeigen, über den man auf all das zugreift. Denn obwohl es kompliziert klingt, gibt es einen Assistenten, um es ihnen zu ermöglichen. Schritt für Schritt verfolgen, was passiert. Also, hier ist der Assistent Infomaniac, den wir einfach Sync nennen. Es erkennt bereits, auf welchem Gerät Sie sich befinden. Das Demogerät ist also ein PC. Wenn Sie mit Ihrem Android-Telefon darauf zugreifen, wird Ihnen die K-Sync-App angeboten. Wenn Sie mit einem iPad darauf zugreifen, dann bieten wir Ihnen den Profil. Wenn ich sage, dieses Gerät akzeptieren, werde ich nach meinen E-Mails, Kontakten und Kalendern gefragt. Angenommen, ich würde meine E-Mails auswählen. Das würde mir dann eine Konfigurationsanleitung für Microsoft Outlook geben, einschließlich Kontakte und Terminverwaltung. Eine detaillierte Anleitung würde folgen. Und indem Sie einfach mit config.informaniac.com auf das Gerät Ihrer Wahl zugreifen, drücken Sie dazu einfach auf Generieren oder Installieren, um die Arbeit leicht zu beginnen. Okay. Eine Umgebung für macOS wird es ermöglichen, das Profil per E-Mail zu senden. Richtig. Hier ist, was die Mail-Anwendung betrifft, so befindet sie sich derzeit in der internen Testphase und wird schon bald in die Beta-Phase übergehen. Ich schätze, dass dies innerhalb von zwei Tagen geschehen wird. Tatsächlich ist es realistisch, dass es sogar weniger als eine Stunde dauern könnte. Unabhängig davon wird der mobile Nutzer eine ähnliche Oberfläche vorfinden. Zum Workspace Informaniac die gleichen Farbcodes, die gleiche Logik, die gleiche Sortierung auf der Ebene der Mailboxen mit Förderung der sozialen Netzwerke. Und außerdem muss man wissen, dass diese App pushfähig ist. Bei einem Standard IMAP-Client hängt es also davon ab, wie oft Sie ein Update einrichten, das eine Minute, 15 Minuten oder etwas anderes sein kann. Dort, mit der K-Mail-Anwendung, ist es direkt verfügbar mit Benachrichtigungen im Moment T, indem Sie die betreffende E-Mail erhalten. Fall. Es gibt auch einen riesigen Vorteil, den Ihnen die mobile Anwendung sowohl auf iOS als auch auf Android bringen wird, nämlich dass in Ländern, in denen man Internetprovider hat, die das IMAP-Protokoll blockieren. Nun, mit der mobilen App wird es geradewegs durchgehen, weil es nicht über das IMAP-Protokoll läuft, sondern sich direkt mit der API unserer Lösungen und unseren Servern verbindet. Das ist absolut richtig. Auch so. So viel zum Teil Mail, Kalender. Greifen wir den Antrieb an. Tadellos gehen wir. Also auf der Ebene des Drives schon. Wir treffen uns wieder. Also nur für die Leute, die wenigen Leute, die keine Ahnung haben, was ein Drive ist. Es ist ein Ort in der Cloud, wo man alle seine Dokumente, alle seine Fotos, alle seine Videos ablegen kann. Um Speicherplatz freizugeben und die Ruhe zu gewährleisten, dass die Daten dreifach repliziert werden. In zwei Rechenzentren und mit einem Versionierungssystem, das es uns ermöglicht, eine alte Version der Datei wiederzufinden. So einfach. Falls Leute das vorhin nicht gesehen haben, du machst es super. Dies ist die Benutzeroberfläche von CarDrive. Es ermöglicht Ihnen, ein Unternehmen zu teilen und zusammenzuarbeiten. Während der Demo zur Live-Bearbeitung des Dokuments haben wir bereits gesehen, wie es funktioniert. Gleiches gilt für die Präsentation von WebView, die gemeinsame Ordner zeigt. Gemeinsame Ordner werden mit einer oder mehreren Personen in ihrer Firma geteilt. Dadurch haben Sie einen zentralen Hub zur Bearbeitung von Dokumenten. Ich denke, es lohnt sich, sich ein wenig mehr Zeit für diese berühmten gemeinsamen Ordner zu nehmen, deren Verständnis mit einem zukünftigen Update erheblich verbessert werden wird. Eben. Ja, perfekt. Die in den nächsten Monaten kommen wird. Aber wirklich, diese gemeinsamen Ordner, das sind Team- oder Projektordner und es ist eigentlich ein bisschen wie in Ketchet. Sie werden auswählen, welche Mitglieder Ihrer Organisation darauf zugreifen können und die große Stärke von gemeinsamen Ordnern ist, dass dann alle Dokumente, die Sie dort ablegen, die Mitglieder, denen Sie den Zugriff auf diese Ordner erlaubt haben, automatisch darauf zugreifen. Und dann sind die Dokumente außerhalb der gemeinsamen Ordner Ihre eigenen privaten Ordner, die nur Sie sehen können. Natürlich können Sie private Ordner für andere Nutzer freigeben, jedoch sind gemeinsame Ordner in Unternehmen besonders nützlich. Sie ermöglichen eine effiziente Organisation verschiedener Abteilungen wie Finanzabteilung, Personalabteilung, Kundendienst oder Entwicklung. Jede Abteilung oder jedes Projekt hat dann sein eigenes Ökosystem von Ressourcen, sodass gewährleistet ist, dass jeder die richtigen Informationen erhält. Das kürzlich veröffentlichte Ketchet hat das Ziel, Synergien zwischen all diesen Aspekten zu schaffen. Der gemeinsame Dokumentenbereich wurde geteilt, wie bereits erwähnt, wird er demnächst überarbeitet. Dies ist eines der Projekte aus dem vergangenen Jahr, in dem wir die K-Drive-Demo entdeckt haben. Wir werden nicht nur die Benutzerführung verbessern, sondern ihn auch umbenennen, da der Begriff Common Documents vielleicht etwas veraltet klingt. Es wird also daran gearbeitet, ihn übersichtlicher, zentralisierter und vor allem auf Französisch zu gestalten. Dies gilt auch für die Desktop-Anwendung. Ursprünglich wollte ich mit der Präsentation der Desktop-Anwendung aufhören. Also dort schon, auf der Ebene der Darstellung der Baumstrukturen, kann man die Ordner einfärben. Das erleichtert es ein wenig, ihr Auffinden auf visueller Ebene. Und wenn ich das Ganze als Liste darstelle, kann man auch Kategorien hinzufügen. Hier nehme ich eine typische Kategorie, ich nenne sie Leben. Und so kann man Kategorien einfügen, hinzufügen oder entfernen, was auch bei der Suche hilft, wenn Sie nach Dokumenten suchen, nur nach bestimmten Dokumenten zu suchen. Und man muss wissen, dass Sie Kategorien auch auf der Ebene Ihrer Organisation erstellen können. Wenn ich also eine Kategorie erstelle, die ich Projekt nenne, werde ich ihr eine Kategorie für alle Mitarbeiter zugänglich machen, einfach kategorisieren, was die Interaktivität der Dateien angeht, die Art und Weise, wie Sie mit ihnen arbeiten können, ist die Stärke von CAVE und der Suite-Kassette. Es ist wirklich eine All-in-One-Lösung. Also hier werde ich ein Dokument nehmen, ein XLSX, also direkt importiert, aus Microsoft XP. Ich öffne es und unsere Office Suite Informatic Grids übernimmt die Arbeit, damit ich das Dokument bearbeiten kann. Wer Integration sagt. Von Office Tools bedeutet, dass ein Kunde, ein Benutzer mit einer Kasse Suite Zugang zu allen Tools hat, die er zum Arbeiten benötigt, in einer einzigen Benutzeroberfläche. Hier könnte ein Kollege das gleiche Dokument öffnen und wir können auch zusammenarbeiten. Absolut. Wie wir zuvor bei der Demo zum Text gesehen haben, gilt das auch für XLSX und PPTX-Dokumente. Und es ist auch möglich, ein Microsoft Office Dokument außerhalb der eigenen Organisation zu teilen. Also ja, ein wichtiger Punkt ist, die Kassette, das Drive und die Office Suite passen sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe ein. Das bedeutet, wenn du ein Dokument an jemanden schicken musst, der kein K-Drive-Benutzer ist, zum Beispiel eine externe Person für die Kommunikation, wird er das Dokument öffnen können. Er kann wählen, ob er es direkt im Drive über die WebView öffnet oder in Excel bearbeitet. Für Excel spielt es keine Rolle, ob die Datei in K-Drive bearbeitet wurde. Es öffnet sie als eine ganz normale XLSX-Datei. Wenn er dir dieses Dokument zurücksendet, kannst du es wieder in der Oberfläche öffnen und die Arbeit fortsetzen. Und hier zum Beispiel dieses Dokument teilen möchte? Wie läuft das Teilen von Dokumenten ab? Hier kommen wir ins Spiel. Es gibt zwei Arten des Teilens. E-Mail-Sharing, weil die Person eine schöne E-Mail erhält, mit der Bitte, das Dokument einzusehen. Ansonsten bieten wir auf der Freigabe-Ebene ein umfassendes Bild, wo Sie auf der Ebene Ihrer Organisation wählen können, wer Zugang hat. Ich werde meinen Kollegen Adrien und Bertrand hinzuziehen. Ich kann Ihnen eine Nachricht per E-Mail schicken mit der Information Hier ist. Auf jeden Fall. Und dann kann ich eine Stufe der Berechtigung auf das Dokument setzen. Wenn ich also wenig einsehbar einstelle, können Sie es nur ansehen, herunterladen oder Kommentare hinzufügen. Denn man muss wissen, dass Sie auf der Ebene der Schnittstelle hier in der Lage sind, sich mit Ihren Mitarbeitern zu unterhalten. Es gibt einen eingebauten Chat. Sie sind in der Lage zu chatten, indem Sie sagen, hier, ich denke, diese Änderung ist relevant. Und Sie können auch Kommentare zu bestimmten Punkten des Dokuments einfügen. Und hier mache ich Hinzufügen. Sie werden informiert. Und ich kann hier im Menü jederzeit leicht nachsehen, wer Zugriff auf das Dokument hat und wer nicht. Zum Beispiel, meinem Kollegen Bertrand werde ich Folgendes mitteilen. Nur wenig einsehen. Adrian werde ich aus der Freigabe entfernen. Das passiert schnell. Und jetzt, wenn es ein externer Anbieter wäre, der nicht in meiner Breakout-Organisation ist. Nun wechseln wir auf dieser Ebene zu den Freigabelinks auf dem Drive über Einladungslinks mit Leuten, die Drives haben. Hier können zwei Richtlinien für die Freigabe gewählt werden. Sie haben die eingeschränkte Freigabe der Nutzer, die Sie hinzugefügt haben. Als externe Nutzer können Sie Ihr Laufwerk verwenden. Andernfalls nutzen Sie die öffentliche Freigabe für die Weitergabe von Pressemitteilungen an viele Personen ohne manuelles Hinzufügen. Die öffentlichen Freigaben bieten erweiterte Einstellungen, die interessant sind und nun erläutert werden. Sie können eine öffentliche Freigabe mit einem Passwort schützen, um sicherzustellen, dass nur bekannte Personen Zugriff auf die Informationen haben. Sie können auch ein Ablaufdatum hinzufügen. Das ist ein Feedback, das wir oft bekommen haben. Vor ungefähr einem Jahr typischerweise von Lehrern oder anderen, von Leuten, die sagten, ich gebe meine Dateien weiter, am Ende vergesse ich sie wieder. Das heißt, in einigen Jahren oder noch später diese Links immer noch im Internet existieren, sie sind trotzdem noch irgendwo. Mit einem Ablaufdatum endet der Link zum Teilen, beispielsweise morgen Mittag, aufgehört hat. Und eine letzte Option, die interessant ist, ist das Herunterladen aus der Freigabe. Wenn Sie diese Option deaktivieren, senden Sie eine Anfrage an den Internetbrowser der Person, die anzeigen wird und bitten ihn, den Download nicht zuzulassen. Sehr nützlich für Fotografen oder in der Presse oder so. Das sind also all die zusätzlichen Optionen mit den Share-Links. Wenn ich den Link in meine Zwischenablage kopiere, wird ein Freigabelink gespeichert. Hier ist, hier, das ich allen Personen geben kann. Mitarbeiter, die das Dokument einsehen müssen, können auf den Link zugreifen, ohne ein Infomania-Konto erstellen zu müssen. Bei Bearbeitungsrechten kann er Änderungen vornehmen, bei Leserechten nur Lesen. 232 Characters. Aktuell, es wird keine Anmeldung nötig sein. Bei einer Doc-Datei nehmen wir an oder Excel oder PowerPoint direkt in den Editor. Danach können Sie im Editor auswählen, was Sie mit der Datei machen wollen. Sie können sie herunterladen, nämlich, dass wir die Konvertierung on the fly anbieten. Wenn Sie plötzlich konvertieren wollen, sehr nützlich für PowerPoint-Präsentationen. Wenn Sie sie in PDF umwandeln wollen, können Sie das on the fly tun. Wenn Sie Computer haben, die ausschließlich LibreOffice verwenden, können Sie sie auch konvertieren. Ich kann das ausdrucken oder lokal registrieren. So viel zum Teil der Büroproduktivität des Drive. Vielen Dank für diese schöne Live-Demonstration. Vielen Dank an Sie. Ich selbst bin immer wieder beeindruckt, weil ich diese Anwendungen täglich benutze. Kosten für eine Notfallnachricht in K-Chat habe ich noch nie gesehen. Es ist sehr nützlich zur Validierung. Ein Projekt oder dass jemand die Informationen zur Kenntnis genommen hat. Im vorherigen Teil hast du uns also gezeigt, wie dieses ganze Ökosystem ein bisschen funktioniert. Jetzt finde ich es interessant zu sehen, wie sich die Situation für IT-Manager und Personalverantwortliche darstellt. Oder die Personalabteilung, die mit der unklaren Personallage umgehen müssen. Was geschieht, wenn jemand das Unternehmen betritt oder am Ende seines befristeten Arbeitsvertrags ausscheidet? Sind Sie ein Administrator oder vom Administrator bevollmächtigt, um die Suitenkasse zu verwalten? Dann haben Sie Zugriff auf die Verwaltungsschnittstelle der Kassesuite. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen einschließlich der Benutzeranzahl. Hier nutzen sieben von zehn Nutzern das Zehn-Paket, doch wir können problemlos auf höhere Stufen gehen. Und man sieht danach auch die Anzahl der Freigabelinks. Wenn Sie also plötzlich sehen, dass Sie zu viele Freigabelinks haben, können Sie darum bitten, diese zu reduzieren oder ähnliches. So hat der Administrator die Möglichkeit, auf einen Blick alle wichtigen Informationen über die Kassesuite... und vor allem denke ich an den Fall, dass die interne Sicherheitsrichtlinie lauten würde, aus Sicherheitsgründen keine öffentlichen Freigabelinks zuzulassen, weil man nicht möchte, dass Dokumente nach außen durchsickern. Sie können dies leicht kontrollieren. Genauso ist es. Danach, was die Verwaltung der Personen, der Benutzer betrifft, kommen wir hierher, in die Benutzerverwaltung, und dort haben wir eine Liste aller Benutzer, die Zugriff auf die Kassesuite haben. Also sehen wir den Namen und das Team. Sie sind, denn wenn Sie einen Benutzer hinzufügen, können Sie ihn in einem oder mehreren Teams definieren. Und wozu dienen diese Teams konkret? Also, Sie werden schon auf der Ebene von K-Chat nützlich sein. Wenn Sie ausschließlich mit der Abteilung Verkauf und Buchhaltung sprechen wollen, müssen Sie nicht systematisch alle Personen eingeben, die in diesen Abteilungen tätig sind, sondern geben Buchhaltung ein. Und also Adrian... Drive kann es ihm auch automatisch Zugriff auf einen gemeinsamen Ordner der Buchhaltung geben? Also der Ordner Buchhaltung, wenn Sie ihn erstellen, wird gefragt, Ordner nur für Sie oder für andere zur gemeinsamen Nutzung gedacht ist. Und wenn Sie dann sagen, ja, ich möchte ihn freigeben, werden Sie gefragt, für welches Team Sie ihn freigeben möchten und erst dann können Sie Buchhaltung direkt eintragen. Ja, was ich eigentlich betonen wollte ist, dass die Teamverwaltung Ihnen eine Menge Zeit spart, denn wenn Sie einen Benutzer zu einem Team hinzufügen, wird dieser Benutzer automatisch die Rechte erhalten, die diesem Team eigen sind, sei es der Zugriff auf Kalender oder Adressbücher oder auf freigegebene Ordner in K-Drive. Auf der Ebene der Benutzerverwaltung kann man danach die letzte Anmeldung sehen, die oft für alles, was mit Personal oder anderen Dingen zu tun hat, nützlich ist, die Rolle, die er in der Kasse-Suite hat. Es gibt verschiedene Rollen, der rechtliche Verantwortliche ist die Person, die entweder das Produkt erstellt oder die Autorität dazu habe. Er hat alle nötigen Optionen, um seine Benutzergruppe zu verwalten. Danach gibt es die Mitarbeiterrolle mit entsprechenden Rechten. Die Nutzung des K-Chats im Park mit den Grenzen, die sie ihm gegeben haben, nutzen. Er darf jedoch keine wichtigen Informationen ändern und er darf vor allem nicht absolut keinen Einfluss haben, Auswirkungen auf andere Nutzer haben, wo der gesetzliche Vertreter oder der Administrator die Verwaltung der Sicherheit etwas zu tun hat, ist das auch etwas. Und wie sieht es konkret aus, wenn man auf einen Benutzer klickt, um Rechte oder Zugriffe zu ändern, wenn man also auf eine? Bereits sollten wir die K-Suite-Nutzer anhand von Banner, Symbol, Berechtigungsstufe und letzter Anmeldung identifizieren können. Das Erkennen von Windows, Mac oder einem anderen Gerät an 16 Characters. Die Sicherheitsstufe. Wir gehen wieder zum vorherigen Bildschirm, denn dort kann der Administrator einfach sehen, wo der Nutzer sich befindet. Denn heutzutage ist es für IT-Abteilungen, vor allem für deren Leitung, immer sehr wichtig, sicherzustellen, dass jeder auf dem neuesten Stand ist, seien es Passwörter, doppelte Authentifizierung oder Telefonnummern. Und da kann ich auf einen Blick sehen, leider spielen meine Kollegen nicht mit, das auf Sicherheit, aber ich kann es verwalten, schnell die Gesamtsicherheit meines Geräteparks überblicken. Und ob wir es nehmen, sagen wir Adrian hier. Auf der Seite, die die Person vorstellt, sieht man auch die Telefonnummer, was für die Kommunikation direkt in der Firma nützlich sein kann. Man kann auch sehen, auf was er Zugriff hat. Benutzer hält weiter. Er kann auf seine E-Mail zugreifen. Automatisch erstellt wurde. Auf dieser Seite können Sie auch spezifische Rechte für diese E-Mail-Adresse festlegen. Das bedeutet, dass der Administrator sagen kann, du hast Zugriff auf deine Mailbox und kannst auf Nachrichten antworten. Du kannst nicht auf den Anrufbeantworter, die Weiterleitung oder die Spamfilter zugreifen. Und das bleibt auf der Ebene des Verantwortlichen. Das ist es. Ja, eine Signatur für das gesamte Unternehmen definieren und Sicherheitsregeln, die sich für alle entfalten. Das ist auch der Grund, warum Sie beim Hinzufügen eines Benutzers nach seinem Vor- und Nachnamen gefragt werden. Das soll Ihnen später die Arbeit erleichtern, denn Sie können Signaturvorlagen erstellen, indem Sie zwei Variablen setzen, Namen, Telefonnummer und wenn der Benutzer seine Parameter ausfüllt, wird es ihm automatisch die Signatur mit seinen Informationen darin generieren. Das bedeutet, dass jeder in der Firma direkt eine Corporate Signature hat. Und dann gibt es noch einen weiteren Vorteil dieser Benutzerauflistung und das ist etwas ganz Neues. Eine neue Entwicklung ist ein Adressbuch, das dynamisch mit allen Benutzern Ihrer Organisation aktualisiert wird. Dadurch haben Sie stets die aktuelle Liste aller Mitglieder Ihrer Organisation zur Hand, was besonders praktisch ist, um interne E-Mails mit allgemeinen Informationen zu versenden. Als Administrator von Kasse Suite haben Sie wirklich alle Werkzeuge in der Hand, um Ihre Nutzer zu verwalten, sicher zu halten. Wenn Sie später, sagen wir, Änderungen auf Team-Ebene vornehmen müssen, können Sie mit wenigen Klicks den Zugriff auf bestimmte E-Mail-Adressen entfernen. Bei der Kasse Suite muss man wissen, dass es zwei Arten von E-Mail-Adressen gibt. Es gibt namentliche E-Mail-Adressen, also hier wird es die E-Mail-Adresse meines Kollegen sein. Sie können auch geteilte Adressen haben. Was ist das? Also die geteilten Adressen, das ist eine typische Adresse, die wir Info-Head-Support ergeben werden. Das ist eine Adresse, auf die mehrere Personen Zugriff haben müssen, aber damals, man könnte auch sagen, in der alten Zeit musste man die E-Mail- Passwörter teilen, damit diese Leute sie mit ein und derselben Software abrufen konnten. Heute teile ich meine Support-Head-Adresse swissarchitecture.ch mit drei Kollegen. Von diesem Menü aus kann ich Zugänge mit einem Klick wieder rufen, wenn ich Änderungen im Team vornehmen muss. Keine Passwörter werden mehr weitergegeben, was bedeutet, dass es kein Sicherheitsrisiko gibt. Danach sind sie wirklich agil. Welche Änderungen müssen Sie vornehmen? Na, was passiert, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der das Unternehmen verlassen muss? Auf der Ebene der Verwaltung dieser Daten verliert man alle Chat- Gespräche, verliert man alle Drive- Dateien, wenn man einen Benutzer löscht? Wenn Sie also einen Benutzer löschen wollen, werden wir Ihnen eine Reihe von Fragen stellen. Bereits auf der Drive-Ebene werden wir Ihnen die Frage stellen, was Sie mit den Dokumenten machen wollen. Wir bieten zwei Optionen an, Dokumente löschen, wiederherstellen. Sie können wählen, ob Sie sich selbst als Admin wiederherstellen oder Sie einer neuen Person geben möchten. Bei Praktika enden wir damit, das Konto zu löschen und es einer anderen Person zu geben. Dabei besteht die Möglichkeit, einen Tunnel zu nutzen, um gelöschte Dateien von einer Person zur anderen weiterzugeben. Auch bei E-Mails und Chats kann man entscheiden, ob man diese Informationen behalten möchte. Und wenn die Person ein Konto bei Infomaniac mit Produkten oder ähnlichem hatte, wird es einfach geändert. Durch die Verwendung einer generischen Wiederherstellungsadresse wird seine E-Mail- Adresse entfernt. Das Konto wird zu einem Geisterkonto, das keinerlei Verbindung zur alten Kasse-Suite hat. Eine Richtlinie ist also wirklich umfassend. Oder sie ist die Garantie dafür, dass man wirklich die Kontrolle über die Daten eines Unternehmens hat und keine Datenlecks. Naja, Datenlecks, damit wir uns richtig verstehen, Datenverluste eher nicht wünschenswert. Okay. Und dann hier, ich sehe links, dass von hier aus auch die Arbeitsschichten verwaltet werden, die Tätigkeitsberichte. Das nehme ich an, ist das, was man vorher mit der Produktverwaltung pro Team, der also eine enorme Zeitersparnis. Und dann die Tätigkeitsberichte, wozu dient das eigentlich? Tätigkeitsbericht, er ist nützlich, oft alles, was mit Personal oder anderen Dingen zu tun hat. Man kann wirklich sehen, wer was, wann, an welchem Produkt gemacht hat. Im Falle eines Sicherheitsproblems ist er also sehr wertvoll, um zu verstehen, was von wem und wie passiert ist. Das ist richtig. Auch auf Drive-Ebene wichtig, wenn eine Datei plötzlich verschoben wurde. Oft tritt ein grober Fehler. Wir finden es nicht mehr. Wir können es nicht finden. Es ist einfach, den Namen der fraglichen Datei zu setzen und in der Historie nachzusehen, was mit diesem Dokument passiert ist. Der Aktivitätsverlauf wird von Infomaniac nicht bereinigt. Das bedeutet, dass wir alle Daten speichern, von der Erstellung bis zur Beendigung des Bruchs. Etwas, was meiner Meinung nach auch erwähnenswert ist, ist, dass alles, was wir hier im Manager sehen, die API soll den beschriebenen Prozess steuern. Die Produkte in diesem Dashboard und Manager repräsentieren unser gesamtes Sortiment. Ist bereits steuerbar für Entwickler über API. Falls das nicht schon so ist, haben wir momentan keine API, die die gesamte K-Suite beinhaltet. Nur K-Drive steht derzeit zur Verfügung. Aber das ist etwas, das noch kommen wird. Heute Morgen testete ich die Schnittstelle einer konkurrierenden Online-Suite und war schockiert, wie kompliziert das bei anderen Lösungen war. Ich bin es nicht gewohnt, mich täglich mit dieser Verwaltungsoberfläche zu beschäftigen, denn bei Infomania bin ich eher ein Endbenutzer. Und ich merke wirklich, dass es sehr, sehr intuitiv und leicht verständlich ist und dass die Betreuung, fügst du einen Benutzer hinzu, zeig es jetzt nicht. Vielleicht zeigen wir nur Details mit Assistent und was das bewirkt. Hier, jemand, der in der Personalabteilung arbeitet und keine IT-Kenntnisse hat, wird in der Lage sein, dem Assistenten folgen und einem Benutzer hinzufügen, ihm die Rechte geben kann. Es ist einfach, schrittweise erhält die Person am Ende eine E-Mail in ihrer angegebenen Mailbox. Wir können eine Demo machen. Ich finde es persönlich interessant, den Ablauf zu sehen. Leider ist es so, wird dieser neue Benutzer-Test-Webinar heißen. Wir werden einen Vor- und Nachnamen lehren, wie wir vorher besprochen haben. Das ist für das Signatur-Tool, aber auch für den Chat-Fall. Wir klicken auf weiter. Und schon hier, in diesem zweiten Menü, können wir den Grad der Akkreditierung dieser Person festlegen. Wird sie für die Kasse verantwortlich sein, wird sie Administrator oder Mitarbeiter sein. Wir nehmen den klassischsten Fall Mitarbeiter. Hier werden Optionen dargestellt, um die Rechte zu verfeinern. Dem Benutzer wird nicht erlaubt, die Buchhaltung zu verwalten. Dennoch kann dies nützlich sein, wenn eine Buchhaltungsabteilung sicherstellen muss, dass solche Aufgaben erledigt werden. Wenn sie den Empfang von E-Mails, Benachrichtigungen über Ereignisse oder Rechnungen zulassen möchten, sollten sie dies verneinen. Zu diesem Zeitpunkt kann man sie ins Team integrieren. Also hier nehmen wir das Beispiel Geschäftsleitung. Wir können Personen in mehreren Teams gleichzeitig hinzufügen. Angenommen, wir nehmen Richtung. Und das wird sie in diese Sprechblase-Richtung hinzufügen. Wenn sie im K-Chat kommunizieren oder Dokumente austauschen und dabei Add Direction erwähnen, wird er direkt in die Blase aufgenommen. Er wird also in dieser Benutzerblase sein. Danach müssen sie entscheiden, welche Zugriffsrechte dieser Nutzer auf K-Drive und K-Chat haben soll. Zugriff offen begrenzt für beides. Und eingeschränkter Zugriff bedeutet, dass er standardmäßig nur Zugriff hat. Auf Ordner oder Kanäle, die im Team freigegeben wurden. Genau, er kann keine Änderungen vornehmen, weder am Titel, noch an den Kanälen, noch an diesem oder jenem. Er hat nur Zugriff auf sein armes Webinartest-Dokument, nicht die Kommandos für Dokumente und Medien. Etwas. Später wird Ihnen vorgeschlagen, eine E-Mail-Adresse mit dem Domänennamen der K-Suite einzurichten. Wir füllen automatisch das Informationsfeld mit Ihrem angegebenen Namen. Wir teilen Ihnen mit, dass die Adresse verfügbar ist. Sie können die Rechte auswählen, die diese Person an der Testadresse haben wird. Test ist, werden wir alle Rechte entfernen. Die Person wird also nicht das Recht haben, ihr Passwort zu ändern. Sie wird nicht das Recht haben, automatische Antworten, Signaturen, Umleitungen, Aliase und all diese Optionen zu verwalten, die der Administrator für sich behält. Danach kann man eine Signaturvorlage anwenden. Und hier, wenn angenommen, haben Sie eine schöne Vorlage mit Einsatz der Variablen, Name, Vorname zur Ausfüllung informativer Felder wie einer Website, einem Logo und anderen Elementen. Danach stellen wir Ihnen eine wichtige Frage. Wie wird der Nutzer in sein Konto einloggen? Verlangen Sie von dieser Person, dass sie sich mit Testwebinär anmeldet? Andernfalls können Sie ihm sehr gut sagen, du kannst dich mit dieser Adresse anmelden, um Zugang zur gewünschten Computeradresse oder einer anderen Adresse zu erhalten. Den größtmöglichen Spielraum für den Administrator. Und hier gehen wir von dem aus, was wir empfehlen. Er muss sich mit seiner Adresse anmelden. Wir klicken auf Weiter. Wir bieten Ihnen mehrere Möglichkeiten, diese Person zu autorisieren. Sie können eine Einladung senden. Wir bereiten das schon für Sie vor. Sie erhalten eine URL, mit der Sie die Sprache wählen können, was sehr wichtig ist. Wenn Sie mit Kollegen arbeiten, die eine andere Sprache sprechen, können Sie den Link bearbeiten. Beachten Sie, dass der Link auch die Sprache Ihres Managers beeinflusst. Also kann er sich in seiner oder der bevorzugten Sprache anmelden. Nachher, in den Optionen, können Sie ihm das auch per SMS schicken. Das ist sehr praktisch. Ihr gesamtes Team kann SMS erhalten. Sie klicken auf den Link in der SMS, loggen sich ein und das Konto wird erstellt. Das Magische ist also, dass die Person völlig autonom ist. Um Ihre E-Mail-Adresse zu erstellen und direkt mit der Kommunikation über K-Chat, über Ihre E-Mail und direkt mit der Arbeit beginnen kann, da Sie Zugang zu allen Dokumenten Ihres Teams hat. Und alle Ressourcen über CatDrive. Das ist richtig. Das ist richtig. Nach der Registrierung erhalten Sie einen Erinnerungslink. Bei Rückkehr zu den Nutzern erscheint er in der Einladung. Hier sehen Sie den Einladungsstatus. Hat die Person angenommen, abgelehnt oder haben wir nichts unternommen? Einladungscodes sind einen Monat gültig, um sicherzustellen, dass diese nicht jahrelang im Internet herumliegen. Hier, wenn man umziehen will, in K-Suite schon alles in einer alternativen Cloud. Sei es Google Workspace oder Microsoft 365. Ist das etwas Kompliziertes? Wie läuft das konkret ab? Wie ruft man diese Dateien, Kontakte und Termine ab? Die Migration vereinfachen war unser Ziel. Zur Vereinfachung haben wir Migrationstools entwickelt, die ich gleich demonstrieren werde. Doch zuvor befassen wir uns mit dem Microsoft Admin Dashboard für 365, die ihren eigenen visuellen Stil hat. Und dort ist es für einen IT-Administrator sehr einfach. Um diese Daten zu übernehmen, also hier ist es die Benutzerliste, die die gleiche ist wie in der K-Suite. Wir exportieren Benutzer und erstellen eine CSV-Datei. Und dann werden Sie im Infomaniac-Assistenten, der hier ist, diese CSV-Datei ablegen können. Wir werden die Liste Ihrer Benutzer übernehmen. Die von Ihnen eingegebenen Informationen zu Ihrer Telefonnummer, Adresse oder Ähnlichem können wir in die K-Suite übernehmen, um den Benutzerbestand vorab anzulegen. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich also auf einmal meine gesamte Nutzerliste, das ist richtig, mit nur zwei Klicks, hier, hier, lasse ich die Nutzer exportieren. Und alle diese Leute haben dann Zugang zur K-Suite, auf jeden Fall. Das wird eine CSV-Datei erzeugen. Sie werden sie danach auf das Migrationstool ziehen. Wir werden diese Nutzer vorab erstellen. Und was ich mit vorab erstellen meine, ist, dass die K-Suite viele Ebenen der Personalisierung bietet. Wir werden die Nutzerberechtigungen, Ihre Rechte und Produkte für Sie erstellen. Es liegt dann an Ihnen, diese zu definieren. Sie können entscheiden, welche Rechte der Personenpark haben soll. Besonders in Bezug auf die Migration. So funktioniert es im K-Suite-Park. Es erfordert viele Klicks, ist aber einfach. Wenn Sie jedoch Daten löschen möchten, ist das Drive-Level sehr wichtig. Allen Microsoft und anderen Diensten haben wir Vorsorge getroffen. Wir haben ein Tool namens Externe Daten importieren. In die Cloud eingeben. Sie werden nach Ihrem aktuellen Anbieter gefragt und gebeten, sich anzumelden, damit Informinitia den Datenstrom speichern kann. Inhalt. Wir werden die Baumstruktur und alle Dateien übernehmen. Was jedoch nicht übernommen wird, sind die Freigaben. Denn in den Kommunikations-APIs, die von Drittfirmen bereitgestellt werden, werden uns die Informationen nicht gegeben. Diese Datei wurde mit x oder x-Förner Personen geteilt. Sie werden hingegen in der Lage sein, Ihre Dateiorganisation wiederzufinden. Für einen IT-Administrator wird er die E-Mails und Adressen dank der Dateien importieren. Diese werden dem Assistenten hinzugefügt, der die Arbeit automatisch erledigen wird. Schließlich wird es auf der Drive-Schnittstelle sein. Die Dateien hier eintragen. Aber konkret geschieht das in wenigen Minuten bzw. Stunden gelingt uns auch bei großen Organisationen dank einer Schlüssellösung eine umfassende Vereinfachung. Und was passiert danach auf der Seite der Kontakte, Termine und E-Mails? Sie müssen wissen, dass Sie beim Import, wenn Sie die CSV-Datei erstellen, Sie auch das E-Mail-Passwort der Adressen auf der Microsoft-Seite setzen können. Das Setzen des E-Mail-Passworts auf der Microsoft-Seite ermöglicht uns. Die Inhalte dieser E-Mail-Adressen sollen übernommen und auf unseren Server repliziert werden. Also alte E-Mail-Adresse zu dem neuen Infomania-Provider sind auch die Ordner dabei. Die Ordner anderer Organisationen werden übernommen mit den originalen Baumstrukturen und Datumsstempeln der E-Mails. Auch der Lese- und Ungelesen-Statis wird übernommen. Ist das eine Kopie? Ja, es ist eine Kohlenstoffkopie zum Zeitpunkt T, also von dem, was beim alten Provider zum neuen Provider ging. Danach können Sie Kalender und Kontakte im ICS-Format importieren und diese direkt in der Benutzeroberfläche nutzen. Erstellen können Sie sie direkt darauf oder von einer URL aus ablegen. Sie können auch Ihren Google- oder Microsoft-Kalender als URL exportieren und sie hierhin kopieren. Wenn ich das richtig verstehe, bringen wir also zuerst die Benutzer. Wenn wir die E-Map-Einstellungen füllen, holt es auch alle E-Mails. Dann geht man in CatDrive in das Import-Tool, um alles an Dateien zu holen. Und dann muss jeder Nutzer nur noch seinen Kalender als ICS und seine Kontakte als CSV importieren. Und hier kann man vielleicht eine Parallele zu den mobilen Geräten ziehen, über die wir vorher gesprochen haben. Wenn das mobile Gerät, wurden die Kontakte lokal synchronisiert. Wenn Sie sie synchronisieren, Infomania-Kontakt, wird es eine Kopie machen, ohne dass Sie, das gilt auch für Termine. Wir wollen ehrlich sein. Es ist kein Vergnügen, es zu tun, aber wir geben uns Mühe, den Schritt zu vereinfachen. Ich schlage vor, wir gehen zum Frageteil über. Ja, ich habe einige davon gesehen. Die erste Frage, die ich gesehen habe, ist, ob es möglich ist, mehrere Fälle zu haben, Folgen pro Organisation zu haben. Dann nein, es ist eine K-Suite pro Organisation. Derzeit gehen wir davon aus, dass Sie Ihre Hauptdomain-Namen haben werden und diese für die Kasse-Suite verwendet werden. Im Moment ist das nicht möglich. Dagegen kann ein Nutzer mehrere K-Suites über mehrere Organisationen hinweg haben, typischerweise ein Partner. Und während ich nach anderen Fragen suche, kannst du uns erzählen, woran wir konkret in Bezug auf diese K-Suite arbeiten. Sei es in Bezug auf K-Drive, K-Chat oder den anderen Anwendungen des Ökosystems. Es gibt eine aktuelle Neugestaltung der K-Drive Desktop-Anwendung, die derzeit getestet wird. Diese Version ist bereits auf meinem Rechner installiert, die die Versionsversion ist. Wo vorher die alte Anwendung mit unseren Servern kommunizierte, mit einer Mischung aus HTTPS und WebDAV, wird jetzt auf die API umgestellt. Dies ist auch eine ähnliche Änderung, die es im Sommer des Jahres für die mobile Anwendung gegeben hatte. Und wenn man über API kommuniziert, bedeutet das eine viel zuverlässigere Kommunikation und eine viel geringere Anzahl von Prozessen, die notwendig sind, um eine Dateiaktion durchzuführen. Derzeit testen wir intensiv die Veröffentlichen-Möglichkeit. Wir möchten die Synchronisation unter macOS und Windows vereinfachen. Okay, viele Kommentare hier beziehen sich auf die Synchronisation. In Bezug auf die Leistung der Synchronisierung. Also das ist etwas, das komplett überarbeitet wird. Und dann gab es Leute, die das weiße Thema als sehr aggressiv empfanden. Wir haben etwas, das die Augen mehr entspannt. Da sind wir schon im Dark Theme. Wir zweiklicken. Das heißt, wir stimmen uns auch in Bezug auf Ihren Internetbrowser ab. Aber es gibt natürlich ein Dark Theme, das für alle Infomanic-Tools verfügbar ist. Apropos Besprechungsräume. Gibt es Dinge, an denen wir arbeiten, um ein Raum- oder Reservierungsmanagement zu haben? Dann steht es tatsächlich auf der To-Do-Liste für die K-Suite V2. Es geht um die Verwaltung von Räumen. Sie werden in der Lage sein, einen Raum zu buchen. Und wenn jemand versucht, zur gleichen Zeit eine Veranstaltung in den Raum zu legen, wird ihm gesagt, pass auf, die sind vielleicht gesetzt. Und das ist ein bisschen, es gibt viele Fragen über die Synchronisation. Ich werde sie hier beantworten. Im Grunde ist es so, wie Adrian es erklärt hat. Wenn Sie Daten auf Ihrem Handy haben, gehen Sie davon aus, dass Sie alles, was sich auf Ihrem Telefon befindet, mit K-Suite synchronisieren können. Und umgekehrt. Mit K-Suite können Sie wirklich all diese Informationen an einem Ort in K-Suite zentralisieren. Und der Vorteil ist, dass dann alles jeden Tag automatisch gesichert wird. Es gibt ein starkes Werkzeug zur Wiederherstellung von E-Mail, Kontakten und Kalendern. Und das es Ihnen ermöglicht, dies selbstständig zu tun. Es ist also wirklich ein riesiger Vorteil, alles an einem Ort zu zentralisieren. Es gibt auch Nutzer, die darauf hinweisen, dass es Dinge in der Feedbackliste gibt. Denn man muss wissen, dass auf allen unseren K-Suite-Tools gibt es oben einen Feedback-Button. Oben finden Sie einen Klickbereich, um uns Ihr Feedback zu geben. Teilen Sie uns bitte mit, welche Bereiche Sie gerne verbessert sehen würden. Und stimmen Sie auch für Ideen anderer Nutzer ab. Ihre Bedürfnisse sind für uns von höchster Priorität, wenn wir die Entwicklung unseres Produkts planen. Deshalb gehen wir systematisch vor. Differenz in K-Mate-App was K-Mate-Web oder K-Chat oder K-Drive. Gibt es Unterschiede in der Benutzeroberfläche? Ja, die Funktionalität ist unterschiedlich, aber nicht die Schnittstelle. Wir möchten die Benutzeroberfläche so einheitlich wie möglich gestalten. Außerdem ermöglicht Ihnen K-Mate auf dem Desktop den Fernzugriff auf die Maschine oder das Anfordern von Zugriff. Wenn Sie etwas in einer Präsentation zeigen möchten, können Sie darauf zeichnen und die Person auf Ihrem Bildschirm sieht es. Dasselbe gilt für K-Chat. Die Desktop- und Web-Anwendung präsentieren sich letztlich gleich. Die Desktop-Anwendung ist jedoch besser für erweiterte Benachrichtigungen, da sie ins Betriebssystem integriert ist. Egal ob Windows, macOS oder Linux. Es gibt eine interessante Frage. Wird K-Drive... Bereits ist es K-Drive. Ist es möglich, von P-Cloud in K-Drive zu importieren? Dann ja. Dann ja, denn P-Cloud unterstützt WebDAV und es ist Ihnen möglich, ein WebDAV-O-Ziel, wenn ich so sagen darf, über das Menü für den Import externer Daten zu montieren. Es gibt also noch kein dediziertes Symbol. Wir arbeiten daran. Sie können jedoch einfach die P-Cloud WebDAV URL eingeben. Also einfach bei PC-Loud nachfragen. PC-Loud gibt diese Informationen auf jeden Fall weiter. Dann geben Sie den betreffenden Benutzer ein, das Passwort, den Einstiegspunkt und los geht's. Wir machen den Import. Und immer noch in Bezug auf K-Derive, kann man einen Ablagebereich in Übersee haben? Das ist eine gute Frage. Absolut. Das sind übrigens Funktionen, die wir bei Demos gerne hervorheben. Die Dropbox kann man wirklich mit ein paar Klicks erstellen. Zur Erinnerung, ich befinde mich auf der K-Drive-Oberfläche auf der linken Seite. In meinen Werkzeugen habe ich die Dropbox. Einen Namen können Dropbox neuer Update. Kann ich hier einen Namen geben? Ich nenne sie Test und kann auswählen, wohin die Dropbox im Laufwerk verschoben werden soll. Standardmäßig ist sie im Stammverzeichnis. Und wir werden auch Optionen hinzufügen können. Denn wenn jemand Dateien in der Dropbox ablegt, erhalten sie standardmäßig eine Benachrichtigung. Sie können das entfernen, je nachdem wie viele Leute dort einzahlen werden. Sie können die Dropbox mit einem Passwort schützen. Sie können auch ein Ablaufdatum hinzufügen und den Speicherplatz begrenzen. Das heißt, wenn es einen Klugscheißer gibt, der eine Datei von ich weiß nicht, können sie nein sagen. Ich erwarte PDFs mit ein paar Megabyte, also muss dieser Dateistil nicht akzeptiert werden. Und die Stärke der Dropbox ist, dass sie es der Person wirklich ermöglichen wird, die benötigten Dateien einzureichen. Gibt er seinen Vornamen ein, folgen Anweisungen. Die Hinterlegung an. Also wissen wir, wer was mit uns teilt. Genau, wer was mit Ihnen teilt. Nach Abschluss der Freigabe entfernt er sich von der Login-Schnittstelle und hat keinen Zugang mehr zur Drive-Ebene. Er sieht weder die Baumstruktur noch den betreffenden Ordnerinhalt des Drives. Wir haben auch eine sehr wichtige Frage. Für Leute, die derzeit keine K-Suite haben, aber bereits K-Drive haben. Es ist jetzt möglich, auf K-Suite zu migrieren und dabei den Inhalt Ihres K-Drive vollständig und automatisch wiederherzustellen. Die Frage, die uns gestellt wird, ist, was mit den Nutzern seiner Organisation passiert? Werden Sie automatisch alle zu K-Suite wechseln? Wie sieht es damit aus? Also auf der Ebene. Flow des Wechsels von K-Drive zu K-Suite läuft es folgendermaßen ab. Wir werden Ihnen bereits die möglichen Angebote mit der K-Suite auflisten, denn es gibt mehrere Drittanbieter. K-Suite. Dann fragen wir Sie in Ihrer Organisation, scheinen Sie vielleicht zehn Nutzer zu haben. Wer von diesen Nutzern soll die Reise zur K-Suite antreten? Und wenn Sie diese Person, diese Person, diese Person ankreuzen, dann werden nur diese Personen zur K-Suite hinzugefügt. Bei den anderen Personen hingegen wird sich nichts ändern. Von K-Suite bleibe ich in Verbindung. Aber das ist der Grund, warum ich in der Benutzerverwaltung die K-Suite-Benutzer, ein kleines Logo daneben. Um zu symbolisieren, dass Sie in der K-Suite sind, haben Sie möglicherweise klassische Legacy-Benutzerparks in bestimmten Organisationen oder Fällen mit Ihrer K-Suite haben. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass wir derzeit daran arbeiten, die Möglichkeit zu schaffen, dass man, um auf lange Sicht zu einer K-Suite mit Ihrem Mail-Service zu wechseln, alle Nutzer, die bereits einen K-Drive oder einen Mail-Dienst bei Infomaniac haben, in die K-Suite migrieren können. Wobei Sie den Mail-Dienst und das K-Drive, das Sie in Ihrer K-Suite verwenden möchten, beibehalten und auswählen können. Wir werden auch gefragt, ob es ein WordPress-Plugin gibt, um seine Website in K-Drive zu speichern. Also nein, noch nicht. Der Trick ist im Moment, dass einige WordPress-Plugins es Ihnen ermöglichen, ein WebDAV-Laufwerk als Ziel für die Datensicherung festzulegen. Und dort können Sie Ihren Backframe aufstellen. Danach würde ich den Leuten eher raten, ein Swiss-Backup dafür zu verwenden. Außerdem gibt es meiner Erinnerung nach ein WordPress-Plugin, dessen Name mir gerade entfallen ist. Das heißt Updraft Plus, mit dem man einen Cloud-Backup-Bereich in Swift. Und dort können Sie dann Swiss-Backup damit einrichten. Aber K-Drive, das werde ich nicht unbedingt verwenden. Es ist schon möglich. Aber es ist eher ein Tool für die Zusammenarbeit in Unternehmen als ein Backup-Tool, auch wenn alle Ihre Daten ständig dreifach repliziert werden, Sie ein Versionierungssystem haben. Aber es ist kein Backup im eigentlichen Sinne, bei dem Sie Ihr gesamtes Drive auf neun Monate zuvor mit einer inkrementellen Aufbewahrungsrichtlinie usw. wiederherstellen können. Custom Brand Das Custom Branding ist eine Option auf der Ebene der K-Suite. Das hängt von der Aktivierungsstufe der K-Suite und dem gewählten Angebot ab. Aber das Custom Branding ermöglicht es Ihnen, das infomaniac.com in der URL der Produkte, die Sie verwenden, zu entfernen. Das heißt, wenn wir das bei Spiel Schweizer Architektur Zaha nehmen, wird es dort zu Mail Swiss Architecture Chach. Das ermöglicht es Ihnen, eine starke Identität innerhalb Ihres Unternehmens zu haben, eine eigene Plattform zu haben, auf der die K-Meet-Links nicht mehr k-meet.infomaniac.com heißen, sondern k-meet.vodemande-domain. Wenn Sie Links, Dateien mit Geschäftspartnern oder anderen teilen, wird Ihr Domain-Name verwendet. Und es erlaubt auch in der Login-Schnittstelle, das Infomaniac-Branding zu entfernen und Ihr eigenes zu setzen. Das heißt, das Symbol oben links können Sie Ihr eigenes Bild auf der Login-Ebene personalisieren und wirklich eine eigene Benutzeroberfläche für Ihre Nutzer haben. Wir sind dabei, eine SSO- oder K-Out-Lösung zu planen, um die Anmeldung bei anderen Diensten über das Infomaniac-Konto zu ermöglichen. Wir arbeiten daran und machen gute Fortschritte. Ja, auf jeden Fall. Hier fragen sich einige Personen eindeutig das. Nein, wenn Sie eine K-Suite auswählen, müssen Sie bei der Auswahl der K-Suite ein Angebot auswählen. Und dieses Angebot ist dann für alle Benutzer in der K-Suite maßgeblich. Das steht nicht auf der Agenda. Es gibt dazu einen Blog-Artikel, der das Thema auf news.infomaniac.com behandelt. Er heißt Cloud Ethic. So erklären wir unsere Vision von Cloud Ethic für uns, was das Web ist. Und wenn Sie den Artikel lesen, wird Sie das beruhigen. Fragen zu K-Drive? Gibt es gezielte Unterstützung? Vielleicht ist es auch interessant, auch über die jüngste Entwicklung des Supports zu sprechen, denke ich. Um den Nutzern, die neu auf K-Drive sind, zu helfen, gibt es eine Einführung, ein Tutorial, das auf der Drive-Schnittstelle angeboten wird. Person, jeder neue Nutzer wird in der Lage sein, ein wenig zu lernen, wie das Tool funktioniert. Und wir versuchen, den Zugang über den Support so einfach wie möglich zu machen. Auf der Benutzeroberfläche finden Sie einen Support-Button. Wenn Sie Ihr Produkt angeben, können wir Ihre Fragen bereits einschätzen. Der Chatbot kann K-Drive auf verschiedenen Geräten synchronisieren und gescannte Dateien in Ihrer vorherigen Version wiederherstellen. Das ist das Wesentliche. Die unsere Nutzer rufen es häufig auf. Danach kann man den Support leicht kontaktieren mit der Schaltfläche. Sie werden gefragt. Geben Sie an, welche Support-Tickets gewünscht sind. Wir haben eine günstige Nummer in Frankreich und der Schweiz. Wenn Sie anrufen, keine Bedenken in diesem Punkt. Und dann, was die Entwicklung des Supports angeht, haben wir heute dedizierte Teams von Agenten für spezifische Themen, also K-Drive. Wenn Sie also, angenommen, Ihr Telefon in die Hand nehmen, uns anrufen, werden wir Sie fragen. Es wird eine Vorauswahl geben. Sie müssen dann 1, 2, 3 in Bezug auf das Produkt. Und wenn Sie K-Suite auswählen, dann werden Sie direkt mit einem Agenten verbunden, der diese Tools perfekt beherrscht. Okay. Entschuldigung, wenn ich es schon erwähnt habe, aber ich wollte gerade die Kommentare lesen. Wir haben einen Premium-Support für Unternehmen, also B2B, der es Ihnen ermöglicht, einzigartige Kontaktpersonen zu haben. Das könnte also für einige von Ihnen nützlich sein. Es gibt einen wichtigen Punkt beim Support. Abgesehen von dem Aspekt, mit einer einzigen Person, was die Antworten angeht, haben Sie auch eine vorrangige Telefonnummer, mit der Sie Warteschlangen umgehen können, wenn Sie eine dringende Anfrage haben. Es gibt auch einige sehr interessante Fragen. Das macht mich glücklich. Kann man eine K-Suite mit mehr als 300 Nutzern einrichten? Also ja, technisch gesehen. Keine Sorgen. Kontaktieren Sie uns einfach. Sie müssen uns kontaktieren. Sie müssen uns kontaktieren. Sie müssen uns mit der Preisgestaltung. Maßgeschneidert und speziell. Das ist also maßgeschneidert. Nur eine weitere Frage, die ein wenig so aussieht, ist, ob es spezielle Angebote für Organisationen, Vereine, NGOs und so weiter gibt. Also noch nicht, das geht noch. Angekommen, bald ein Panel mit. Es gibt spezielle Angebote, aber Organisationen oder andere Interessierte sollten bei Kontakt- und Preisfragen den Support kontaktieren. Wir sorgen für alles. Und noch eine weitere Frage. Wie weiß man, wie viel Speicherplatz man letztendlich mit K-Drive oder mit K-Suite hat? Wie läuft das ab? Die Leute scheinen zu betonen, dass man es pro Benutzer weiß, aber man weiß nicht, wie groß es insgesamt ist. Wenn Sie wissen möchten, wie viel Speicherplatz Sie verwenden, können Sie dies direkt in der K-Suite-Verwaltung überprüfen. Dort können Sie den abonnierten Speicherplatz im Verhältnis zum Drittel der K-Suite-Angebote und zur Anzahl der Benutzer sehen. Jeder Benutzer in der K-Suite fügt zusätzlichen Speicherplatz zu diesem Pool hinzu, sodass der Administrator genau abrechnen kann. Beachten Sie, dass auch K-Chat-Speicherplatz in der K-Suite benötigt, wodurch deutlich wird, dass K-Drive die gesamten 108 MB beansprucht. Und dann kann man das testen? Gibt es Leute, die sagen, ich müsste die K-Suite-Lösung testen können, um mein Management zu überzeugen? Wie kann die Person das tun? Sie benötigen aktuell einen Domain-Namen, um die K-Suite zu nutzen. Sobald Sie einen bestellt oder einen bestimmten Namen zum Testen angegeben haben, ist die K-Suite für ein Drittel kostenlos verfügbar. Wenn Sie keinen Namen kaufen oder wollen, bieten wir auch kostenlose Optionen wie iKa.me an. IK, Mail oder ETIC, die Ihnen die Oberfläche von Drive, Mail und Kalender zur Verfügung stellen. Leider nicht K-Chat, aber schon die klassischen Werkzeuge, um es mal so zu sagen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Und dann, wenn Sie eine große Firma sind, lohnt es sich, uns zu kontaktieren und dann können wir Sie mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung bringen. Auf jeden Fall. Ich sehe noch eine in Bezug auf Outlook. Haben wir eine Alternative zu Outlook-Fat-Clients? Es ist ziemlich kompliziert, ein Infomaniac-Mailkonto einzurichten, um Microsoft Exchange zu stürzen. Das haben wir teilweise beantwortet. Weil Outlook-Desktop, wir haben keinen Plan, eine Desktop-Mail-Anwendung zu machen, denn unser Ziel ist es, die Web-Version so vollständig wie möglich zu machen. Das stimmt. Außerdem wird diese Web-Version bald so umfangreich sein, dass man Outlook eigentlich gar nicht mehr benutzen möchte, weil sie einem das Leben so sehr erleichtern wird, mit Interaktionen, die sich mit K-Chat und den anderen Anwendungen der Suite-Kassette entwickeln werden. Dass eine Anwendung wie Outlook völlig von all dem abgekoppelt wäre und das würde eigentlich wenig Sinn machen. Es ist also möglich, Outlook mit Infomaniac, Mail, Kontakten und Kalendern zu verwenden, aber das ist nicht unbedingt das, was wir auf lange Sicht empfehlen. Auf jeden Fall. Ich sehe auch einen Austausch in Bezug auf die Gebühren. Es ist teuer, ethische Methoden einzuführen. Vergleichen Sie die Angebote von Google und Microsoft. Achten Sie insbesondere auf die Anzahl der Nutzer und den Speicherplatz. Sie werden schnell feststellen, dass Infomaniac deutlich wettbewerbsfähiger ist. Beim Kalkulieren der Angebote wollten wir faire Preise. Und das war auch bei unserer Public Cloud so. Wir waren überrascht, wie hoch die... Dass die Web-Giganten, die über eine viel, viel größere Skaleneffizienz verfügen als wir, sich selbst die Margen wegnehmen. Und trotzdem verdienen sie viel mehr. Auf jeden Fall vielen Dank für Ihr Interesse an all dem. Vielen Dank auch Adrien für die Präsentation. Ich freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen. Herzlichen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020